Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel aus meinem Hörbuch Der Blick aus meinem Fenster, heute mit dem Titel Die Höhlenforscher aus Amerika Ich habe alte Taino-Artefakte gesucht und stattdessen eine wunderschöne Höhle gefunden. Der größte Teil dieser Höhle liegt vermutlich unter Wasser. Wie groß diese nun letztendlich ist, muss erst noch herausgefunden werden. Die folgenden Tage verbrachte ich damit immer wieder aufs Neue, in diese Höhle zu gehen und weitere Tauchgänge zu unternehmen. Ich folgte unter Wasser dem schon von mir verlegten Seil bis zum Endpunkt und begann von dort die Höhle weiter zu erkunden. Natürlich nicht, ohne die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, indem ich am Endpunkt ein weiteres Seil befestigte und dieses Mal die große Seilrolle mit mir führte. Das war nicht so einfach und strengte mich extrem an. Anstrengung aber unter Wasser bedeutet auch einen sehr hohen Luftverbrauch. Denn jetzt ist nicht mehr mein Problem, dass ich den Rückweg nicht mehr finde, denn ich hatte ja das Seil. Jetzt war das Problem, dass ich sehr genau auf meinen Luftverbrauch achten musste, um mit der notwendigen Reserve wieder aus dem Wasser zu kommen. Ich war zwar ein sehr guter und erfahrener Taucher, aber mit dieser Art des Tauchens in einer Unterwasserhöhle war ich zu diesem Zeitpunkt etwas überfordert. Informationen in Fachzeitschriften gab es sehr wenig und wie schon gesagt war das Internet zu Beginn des Jahres 2000 an der haitianischen Grenze nicht vorhanden. Ich begann meine Kontakte per Telefonat im Tauchbusiness zu kontaktieren, um mehr Informationen über das Höhlentauchen herauszufinden. Aber das Problem zu dieser Zeit war jedoch, dass sich nicht sehr viele Taucher weltweit mit diesem speziellen Thema beschäftigten. Somit wurde ich immer wieder auf andere Leute verwiesen, bis ich dann bei einem Mann in den Vereinigten Staaten landete, der vor kurzer Zeit einen Tauchshop in Jacksonville, Florida übernommen hatte und nebenbei eine kleine Fabrikbetrieb, die gerade versuchte spezielle Tauchausrüstung für das Tauchen in Wracks und Höhlen zu produzieren. Sein Name war Lamar Hayes und der Name des Unternehmens war Dive Ride. Lamar war zu dieser Zeit einer der Pioniere im Höhlentauchen in Florida. Vermutlich bedingt durch die gleiche Erfahrung, die ich gemacht hatte, kam er auf die Geschäftsidee, spezielle Ausrüstung zu konzipieren und herzustellen, die für diese Art des Tauchens gemacht ist. Das Unternehmen Dive Ride ist bis zum heutigen Zeitpunkt einer der Marktführer in technischer Tauchausrüstung. Lamar, der persönlich am anderen Ende der Telefonleitung war, hörte sehr aufmerksam zu, als ich ihm über meine Entdeckung berichtete. Er fragte genau, was ich gesehen hatte und was ich meinte, wie groß denn diese Höhle sei. Ich erklärte ihm, was ich so persönlich dachte und was ich bisher in der Höhle gemacht hatte. Als er hörte, wie meine Arbeitsweise war und mit welcher Ausrüstung ich diese Tauchgänge durchführte, warnte er mich, noch weiter in der Höhle zu forschen. Die Begründung war sehr einfach und einleuchtend. Ich hatte nicht das entsprechende Training und die erforderliche Ausrüstung, um diese Art von Tauchgängen durchzuführen. Höhlen tauchen erfordert im Grunde genommen eine doppelte Absicherung. Also einfach den doppelten Luftvorrat, zwei Atemgeräte, mehrere Lampen und natürlich sehr viele Seilrollen und keine Wäschelein. Um diese Art der Ausrüstung zu handeln, muss man verschiedene Übungen verinnerlichen, damit im Falle einer Notsituation, wie zum Beispiel keine Sicht mehr oder der Verlust des Seiles, man wieder sicher aus der Höhle herauskommt. Das alles konnte ich nicht, denn niemand hatte es mir gezeigt. Ebenso war ich auch nicht mit meiner Ausrüstung auf dem neuesten Stand, damit ich in Höhlen tauchen konnte. Denn das, was ich benutzte, war Tauchausrüstung, die man für das Tauchen im Meer gebrauchen konnte, aber nicht für das Tauchen in einer Unterwasserhöhle. Aber das sollte sich sehr schnell ändern, denn Lamar machte mir direkt einen Vorschlag, den ich nicht ablehnen konnte. Wir kommen in die Dominikanische Republik und werden mit dir die gefundenen Höhlen erforschen, sagt er so schnell am Telefon. Ich musste nochmals zurückfragen, aber ich hatte das Angebot richtig verstanden. Lamar und zwei seiner Mitarbeiter wollten innerhalb der nächsten zwei Wochen in die Dominikanische Republik kommen und mit mir dann meine gefundene Höhle erforschen. Was für ein Angebot! Ich sagte freudig zu und begann mit den ganzen logistischen Vorbereitungen, denn zwei Wochen sind schnell um. Wie schon berichtet, liegt die Stadt Baraona etwa fünf Stunden von der Hauptstadt Santo Domingo entfernt. In Santo Domingo befindet sich der internationale Flughafen Las Americas, der von der Fluggesellschaft American Airlines angeflogen wurde, mit der Lamar und Team kommen würden. Doch das ist nicht alles, denn vom Baraona aus sind es dann nochmals zwei Stunden bis an die haitianische Grenze nach Pedernales. Für den Transport wurde unser persönlicher Taxifahrer angemietet, der jedes öfteren Gäste vom Flughafen holt und wieder zurückbringt. Das war also schon einmal erledigt und abgehakt. Jetzt mussten wir nur noch das Problem der Unterkunft lösen. Für Baraona reservierten wir Zimmer für den Tag der Ankunft und den Tag vor der Abreise in unserem Hotel Riviera. Der Hotelmanager kam uns da auch sehr mit den Preisen entgegen. Jetzt blieb nur noch Pedernales. Das war nicht so einfach, denn das Dorf war ja nicht auf Touristen eingestellt und Übernachtungsmöglichkeiten gab es nicht viele. Aber auch hier konnten wir wieder auf unseren Freund Abel zählen. Er organisierte in einem von der dominikanischen Regierung geführten Seminarhotel einige Zimmer. Als wir uns diese dann anschauten, mussten wir erstmal etwas schlucken, denn die Zimmer bestanden aus vier Wänden, einem Deckenventilator in der Mitte des Zimmers, zwei Betten, die aussahen, als hätte da schon ganze Armeekompanien darin geschlafen, und eine einsame Glühbirne an zwei Drähten befestigt irgendwo an der Decke. Im Badezimmer erwarteten uns sehr ähnliche Verhältnisse. Eine Glühbirne an der Decke, eine Kloschüssel aber ohne Toilettensitz und die Dusche war dann nur ein einsames Rohr, was aus der Wand herausschaute. An warmes Wasser brauchte man dann auch nicht denken, denn es gab nur einen Wasserhahn zum Auf- und Zudrehen. Das waren also unsere Luxuszimmer für unsere amerikanischen Freunde an der Grenze zu Wahidi. Was anderes brauchte man nicht suchen, denn das gab es nicht. Der Tag der Ankunft kam und wir machten uns sehr früh mit unserem Taxifahrer auf den Weg zum fünf Stunden entfernten Flughafen nach Santo Domingo. Die Fahrt verlief sehr gut und ohne Probleme, so dass wir pünktlich zur Ankunft der American Airlines Maschine am Flughafen waren. Jetzt noch ein wenig warten und da kamen sie auch schon, unsere drei Höhlenforscher aus den Vereinigten Staaten. Die Begrüßung war sehr herzlich und wir verluten das riesige Gepäck, was die drei mitgebracht hatten in unser Taxi. Noch schnell ein paar Sandwich und was zu trinken und dann ging es los, zurück die fünf Stunden nach Barahona. Die lange Fahrt wurde genutzt, um über unsere Entdeckung zu erzählen und Lamar stellte Fragen über Fragen und wirkte sehr euphorisch, was die Größe der Höhle anging. Ebenso erzählten wir auch, welche Unterkunft uns in Paternalis erwarten würde, aber das schien die drei nicht sonderlich zu stören. Im Gegenteil. Sie erzählten mir, dass sie schon im mexikanischen Dschungel unter freiem Himmel in Hängematten geschlafen haben. Da ist jede Art von Zimmer schon ein Luxus. Die Fahrt verging im Fluge und wir erreichten unser Hotel in Barahona. Unsere Gäste waren schnell eingecheckt und wir verabredeten uns dann noch schnell etwas später zum Abendessen. Beim Essen dann wurden die Details besprochen, wie die nächsten Tage ablaufen sollten und der erste Tag mit unserem Besuch neigte sich dann auch schon sehr schnell dem Ende entgegen. Am nächsten Morgen ging es sehr früh los. Das Taxi wurde vollgepackt und zusätzlich hatten wir noch einen kleinen Transporter organisiert, der unseren tragbaren Kompressor und die ganzen Tanks transportieren musste. So ihr Lieben, ich hoffe, dieses Kapitel hat euch wieder gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein würdet bei meinem nächsten Kapitel aus meinem Hörbuch Der Blick aus meinem Fenster mit dem Titel Die erste Höhlenexpedition Die erste Höhlenexpedition